Meine Damen und Herren, noch ein Japan-Geiles-Werbe-Video. React. Mit Hörer? Hi. Voll exited hört man. Und wir gucken uns das einfach mal an. Mal gucken, wird bestimmt lustig. Ich klick da mal auf Play. Ich verstehe schon mal, worum es geht. Ja. Hassananae. Das war Schiffer für Japan. Nein, Clooney. Japan-Bio oder was? Okay. Die Kuh aus. Das bist du nicht. Alter. Wie viel Spaß hast du? Mach's Kaffee. Wieder trinken. War da gerade Pikachu gesagt? Nein. Das verstehe ich auch nicht. Was? Daniel. ... ... ... Ich hab da gerade was anderes drunter, was ist denn gut? Geiler Bock, ey. Ja, aber echt. Was, Salami? Mehr, Jure. Salami, Junge. Da geht ab, Alter. Was? Jeder darf mal ran, ey. Einmal rüberrutschen, Bitch. Was? So darf ich auch immer rum. So geht's zur Schule? Ja? Genau. Was? Was? Trinken wir doch. Oh! Das ist okay, F.C. Oh, F.C. Oh, F.C. Da gibt's eine Thermoskanne dazu, oder was? Das war's, ne? Die haben voll die geilen Sachen, weißt du? Ja, warum? Die ist auch so groß. So'ne geilen Lavita-Ding, ey. Feuer, ficken! Alter! Pocky, Junge. Das färbt sich auch immer so Kleidung, wahrscheinlich. du denn ja nur den frau richtig schaffe Okay das ist ein wenig Was? 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 Was haben die mit ihr viel Kram? Was? Okay klar warten Verstanden. Verstanden. Habe ich verstanden. Das hier! So viele Jones! Alles klar. Was hat mein Mensch da angenommen, ne? D personally! Was is this a fun time? I'm gonna get rid of that? I'm gonna get rid of that! I'm gonna get rid of that in the blue. I got rid of that, oh! A nice one, the blue booboom! Like a weirdoom... Oh, I can't get rid of that in the blue. I don't want to play the weirdoom! Oh, I can't get rid of that in the blue. what is that a weirdoom? Die Leute sind wirklich sehr lieb. Handy-Game, auf jeden. Ja, das ist wieder irgendwie so ein komisch Japano-Sex-Games. Cinderella Girls! Geil. Ja. Natürlich im Bikini. Natürlich. Boah! Alter, wie krass die Animationen sind, Junge! Boah, Junge! Donner! Oh nein, ich fahre wieder die Nudeln! Ja, die Game, aber auch die... Okay. Alter, die... Was waren die denn für Mühe für Nudeln, ey? Weil die Skate haben! Natürlich! Das... selbstverständlich! Cola, klar. Habe ich verstanden. Klar. Geht auch nicht. Ich hab keine Cola... Leila, keine Cola! Kaffee! Vielleicht wirklich Kaffee! Kaffee aus der Dose! ok toyota noch mal bikini ein java zufügt zu geben oh ja, okay äh ähm, können wir das jetzt noch rausziehen? sehr gut, ich kann tendieren ok, alles klar cool lang nicht mehr gemacht wie machst du das? ja, dich da ok, tegotei ja ok, doch nicht essen fahrschmänner 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 vor allem wenn da so ein geiles körperchen davor ist dann wäre die weibe richtig heiß fahrschmänner so so che hat ist ok die tatschiebe öffnen okay Drucker woher was ist denn was ist denn halt das ist natürlich Druckerwerbung das ist ja wohl die Klara ja wir springen alles klar hier oh ja komm wir sehen auch schon mal da kam es auch grad nicht aufeinander ja auf jeden Fall der dritte Teil von Ingbert ok ok Cola Pepsi alles klar da war natürlich Pepsi Max Werbung alles klar das ist ja klar also Japan hat einen eigenen Werbestil der ist teilweise der ist teilweise sehr verstörend ja auf jeden Fall könnt ihr gerne natürlich auch in die Kommentare schreiben was ihr sonst noch für Empfehlungen habt ob wir was weiß ich vielleicht gibt es geile afrikanische Werbung oder so was weiß ich oder 70er 60er oder was in die Kommentare schreiben worauf wir noch oder noch eine Japan Erbespot Moment afrikanische Werbung ja was weiß ich soll die Zuschauer anschalten vielen Dank für's einschauen für's reingucken bis zum nächsten Mal hauserein ok heuer will ich tschau sagen gut Ciao Hi 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 Bye